Irgendwie haben wir uns wiederhattet. Ja, muss schon Gas geben. Kann ich das noch? Und Vollgas. Ja, jetzt. Der kriegt doch was, der fliegt. Da, wenn ich's dagegen mache. Hab ich schon nie gesehen. Mot 1. Ach, fein ey. Ja, der ist auch schief. Der Übergang, ja genau. Ohne Gas leckt denn nicht, das weiß ich nicht. Da könnte ja keiner anstrengen. Günther, 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 Günther. Der Akku noch reich. Hast du halt gemerkt, was der noch hinlust? Ja, ja. Okay. Warum nimmst du gerne, wenn wir so einen Bruch weg? Man kann das doch feinfühlig machen. Guck mal, wird echt besser. Kannst du den schon, wenn du deinen Lass schon bringen, damit du auch umgehst. Jetzt mal hier oben oder so. Ja, komm mal, ey. 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 Tim, geht doch. Geht doch. Jetzt hier, Hand in die Tasche. Ja, lockerlässig. Das sind aber jetzt die Nerven, da riecht es nicht mehr nach oben. Sind die Passagiere alle angeschnallt? Das hoffe ich sehr. Piloten, in Ordnung. Können wir starten. Super. Und Gas. Boah, super. Puh- HAMC Boah. Komm sache. Solacağunchi. Alles ja, die Μösser sind wars. Hö. ich vertraue dir na ja 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 Die Kamera hat das Objektiv hier. Die Kamera hat das Objektiv. 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 Wow! Das Objektiv. 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.